Die Formation mit dem Fullback und hier der Ballübergabe an Brock Jones. Saratka mit der Ballübergabe, das war... Garrett Seifmann will selber gehen, wir werden sofort begraben von der Defense. Urkesten hat Probleme, fummelt den Ball nach vorne und Frankfurt sichert das Leder. Angriff, den Ball an der gegnerischen 25 Yard Linie ungefähr, das ist sogar die 22. Fabian Gärtner rennt ins Getümmel rein. Dass die Jodet automatisch stoppt, weil jetzt ist es ein 60. Werden täuscht zwei Balle. Werden täuscht zwei Balle. Vor der Partie schon drüber im Klaren, wie aussichtslos die Partie ist, gerade mit den Verletzungen. 13 Yards Raumverlust, 12, 13 Yards für Ehrenfried, der dann mal wieder auf die rechte Seite rausrollt. Die Frankfurter haben sich offensichtlich entschieden. Das hat er zu oft gemacht in der ersten Halbzeit. Die Sprache her. Handoff an David Oku sofort. So, Handoff an David Oku und sagt, sind im Abstiegskampf. Sie haben 4 zu 12 Punkte.